Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Paz, Maid. Wir spielen, ja, zusammen mit Xenia und dem guten Patrick. Hallo. Ja, was spielen wir jetzt für einen Modus? 3 gegen 3. Also nochmal Duell, ja. Jo. Alles klar. Dann nehme ich mal Ra. Übrigens, wenn man die, äh, wenn man die liked, wo ist es jetzt? Ähm, nee, Ragnarok, was? Hm, ich habe es jetzt nicht mehr als News. Also wenn man auf Facebook, äh, es might like und teilt und bla bla bla, dann bekommt man einen Feran-Skin, was man hier nicht alles bekommen kann. Ja, am Sonnen-Findsten jetzt. Ja, genau, Sonnen-Findsten ist Skin. Ach, den könntest du auch eigentlich wissen. Da, und. Tada! Gleiche gibt es auf Twitter für Art-Themis. Ja, aber ich habe keinen Twitter, deswegen kann ich es nicht machen. Werd ich auch nicht tun. Also nehmen wir gleich mal wieder ein Röntgen-Ra, den guten. Den habt ihr auch schon bis zur Hälfte gelevelt. Hm, ich habe schon fast voll mit Niamh. Soll es fehlen noch 6 Punkte? Hui, annämen. Wow, wow. Noch eine ganze Minute und wenn der jetzt nicht annimmt, haben wir ein Problem. Och, ich weiß nicht, was das Problem ist, ey. Dann hat es mir wieder 2 Minuten. Also irgendwie ist der Modus echt nicht so beliebt. Oh, geil. Ra! Skilles. Skilles. Wieso kann ich keine Skins aussuchen? Äh. So, ich muss erst festlegen. Skins, zack. Pam. Da passiert der irgendwie genauso. Naja, finde ich ein Original fast cooler. Oh, Sonnenfinstern ist halt... Alter, wie einfach Hades am Start hat. Was ist bei dir los? Geschoppt. Hast du jetzt das Götterpaket gegönnt, oder was? Nö, ausgeliehen. Ja, oder so. Kostet ja nichts eigentlich. Ja gut, 300. Trotzdem ordentlich was. Ja, aber so kannst du wenigstens mal die Klassen probieren. Ja, das steht auch wieder. Also man geht 24 Euro aus und hat alles. Was so unlogisch ist, aber okay. Oh nein, wir spielen gegen den Wauwau. Ach, der ist eigentlich noch gar easy. Ares, hatte ich noch nie. Egal, jetzt gibt's noch ein bisschen. Ares als Gegner hat's noch nicht. Der ist übel krass, wenn man ihn spielen kann. Also ich meine, immer derselbe Satz, wenn man ihn spielen kann. Ist gut, aber ich bin mal an der Kanten spielen, sonst hätte erinnert nach Level 1. Der fuckt einen auch richtig ab, ey. Aber so richtig fuckt der einen ab. Ja, ich bin Tanki. Der hat die ganze mit Ketten im Griff und so. Das ist irgendwie enttäuscht. Super. Ja. Der schreit immer so laut, so ein richtiger Kackspassvogel ist das. Leben habt ihr euch am Anfang? 680. 660. Yeah, yeah, 830. Du bist ja auch ein Tank. Maschine. Was, hattest du ein Tank? Ja. Das sieht richtig cool aus. Warum übelst groß? Ja. Ey, Mano. Immer bin ich die kleinste. Tja. Da spielt sich das wahre Leben wieder. Äh. Katrin nicht. Ich glaube, die kommen von rechts. Ich glaube auch, dass sie von einem gekommen sind. Direkt ihr hittet, Alter. Aber wie? Der ist richtig scheiße, der Typ. Ich soll lieber raus, da. Dem fehlt direkt 60 Leben. Dem Dude. Boah, schrecklich. Ich mache mir glaube ich irgendein Ding. Auch nochmal erwischt. Ich mache noch ein Griffspeed. Ja, ja. Scheiß drauf. Die kommen gleich von der Seite. Müsst du noch warten dann, ne? Greift an! Nee, ich habe ein bisschen Angst, dass die von der Seite kommt. Geht mir genauso. Du hattest schon zu oft so weggesnackt. Da kommt er. Sie haben mich übel erwischt. Aufpass hinter euch, ja. Jetzt wird er doch gesnackt. Jo. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie ich getroffen wurde, aber ich bin tot. Äh, hinten waren nämlich noch so Bogenschützen. Die machen ja auch noch deftig Schaden eigentlich. Hm. Ich komme gleich wieder. Ja. Wieso, was hast du denn? Solange es nicht so ruhig ist. Ja, ich habe schon ein bisschen Leben verloren. Mana war auch schon fast leer. Lieber jetzt, wo sie nicht angreifen konnten. Das ist übelst krass, dass man da einmal komplett... Boah, ich hasse Aris. Ich bekomme übel die Fresse poliert. Fuck, fuck, fuck. Komm her. Okay, ist die. Right idea. Ja, ja. Kaufst du schon einmal. Heißt das eigentlich, käuft oder kauft? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hey, ich hängte auch schon seit... Stopp seit Part 1, Alter. Hier ist es mal. Heißt das, kaufst du? Nice. Voll zurückgerannt. Ja, toll. Was willst du von mir, Alter? Schubidu, ich wäre so gern wie du. Battles. Wir brauchen. Tja. Komm doch her, du Penner. Oder... Der hat Ulti-Ready, das wusste ich nicht. Alles klar, der hat mich richtig gesnickt. War aber eine schöne Idee. Ich hätte schon in den Turm reingerannt. Ich wollte nämlich den einen noch erwischen. Ich hoffe, ich schaffe es aber irgendwie. Er hat anscheinend eine Ulti-Ready. Er hat den Kinn nicht bekommen. Fast. Anders als immer. Ich mag Aris nicht. Geht. Er kann ihn silenzieren, wenn er angreift. Das ist das Schöne. Tja, er blenden. Ja, das stimmt. So, wenn er mir an den Ketten, dann kann er nicht mehr viel machen. Der hat Ulti-Ready gehabt. Der Sack, Alter. Hat uns voll in den Turm reingezogen. So ein... Oh, sauber. Richtiger Bitch-Move, Alter. Boah, ich muss weg. Boah. Boah, krass. Baut ihm einer. Geht nicht, sorry. Alle weg. Ich glaube, er ist noch ein Damage-Camp machen. Scheiß drauf. Kriegt ihr nur 15% oder so. Die Zeit, wo er sich da draufkloppt, und dann hat er gerade noch zwei Minuten den Buff. Einfach so ein Schwachsinn. Bin die eigentlich weg, wenn die sterben? Die spawnen später neu. Nee, ich meine die... Achso, die spawnen neu. Ja, die spawnen neu, ja. Nicht die Buffs, sondern die Mobs halt, die er erst töten muss. Nee, das meinte ich nicht. Oh, dann vergiss es doch. Die Buffs kriegen die nicht mehr, dann musst du diesen Mob neu töten. Was, so steht man daran nicht. Gut, das wollte ich schon noch wissen, ob die Buffs dann weggehen, wenn sie sterben. Ja. Das war doch eine ganz einfache Frage. Nein, das bleibt jetzt wie im Lone, bekommst du sie. Weiß nicht, ob das hier rauskommt. Check. Komm von hinten! Boah, was ist da hinten? Ja, krass, was ist das denn für ein Move, Alter? Boah, krass, der hat mich geklaut. Raus, dann. Oh, ich komm nicht raus, Alter. Wie asozial das gerade war. Oh je. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich muss zurück. Ich hab keine Mahler mehr. Oh, von rechts aufpassen. Da kommt der Wolf von hinten wieder. Der macht das ganze Zeit. Das ist dasselbe. Der klaut einen von hinten, steppt nach vorne. Fertig. Oh, Mann. Was ist das? ja und hinten sicher nicht hinterherlaufen nur drauf achten das ist halt die so dass es nicht so snicken kann 3 4 was auch hinter dir schön Schwer geholt, Schwer geholt was ist dieser Bruch? was macht der? was ist das für einer? Bakasura voll komisch ich hab noch gar kein Kill, alter keine Ahnung woher ich dir habe, aber ich hab hier dass das ein Tank ist, ja ok das macht ja ordentlich Schaden der Turm ist erstaunt von denen ich glaub ich seh ihn ja auch boah ich kann nicht ausweichen, alter Aris ist gespendert ja, übel stark vor allem kann er einen übel festhalten die ganze Zeit ja, ich kann noch nicht raus aus dem Sandstrahl pass auf auf den unten hehehe gib Ruhe alter auf den Turm auf den Turm auf den Turm pass auf Aris ja, schön sauber für das dass die mehr Punkte haben sind die relativ scheiß ich hätt nicht Schaden nehmen sollen, alter ich hätt bei Zeus bleiben sollen und hier fahrt den ich hab echt die mit seiner scheiß Ulti woher er einen packt ne ja die macht's nicht viel Schaden aber ja, aber der hat uns zu Königs geschleppt ja, aber er hat uns zu Königs geschleppt ja eben, gerade in dem Spielmodus hier das ist fatal ja, allgemein ich bin äh er ist genauso verteilt wenn er nicht zu allen schlüpft 30 Euro aber das immer noch viel aus Weichmöglichkeit in der Arena doch da kannst du zu allen Seiten laufen boah scheiße da das ist voll erwischt jetzt direkt zurück ja wenn man mal wegkommen würde weiß wie ich mein alles klar alles down ich muss weg alles klar ups ich geh zurück ich geh zurück weil ich hab kaum HP die haben uns doch schon viel öfters getötet wie wir die aber irgendwie steht 13 zu 9 weißt wie ich mein ja das ist der Vorteil an dem 3 Team Bakasura von denen sehe ich ganz selten nur hm jetzt genau wo ich über ihn rede ist er da oder es ist Aris der Aris seid ihr alle? oh krass nein alter das ist unmöglich du kannst den nicht ausweichen wenn du den Scheiß hält krass Ficker Hilfe oh alles klar vor dem Turm Sack ist sich stört doch Bastard was musst du denn alter hier was mit mir noch sauber hallo machen was cooles der heute noch ab krass oh mein Baumkind gut gut Nachteil ist bei mir dass ich einfach so übelste ja hallo Tank ja hallo Tank ja hallo Tank ja hallo Tank wieso machst du dein Camps alter Xenia muss alleine prügeln was ist los mit dir ja jetzt sind wir schon in unserem Turm alter oh je schön jo peace Freunde was geht was geht kriege ich denn noch oder geht der in den Dschungel rein vergiss das mach ich nicht nicht vor krass ich warte doch ich bin nicht dumm alles klar ich hab dem Modus oft genug gespielt jetzt wieso sieht der mich an wenn die Fiecher noch da sind weil du ihn angegriffen hast rein 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 du hast du schon nice zurück rein 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 Und down. Du seid ihr nicht einfach zurückgegangen? Weil es nicht mehr ging, Alter. Ich bin auch weggekommen. Schön. Bei dir war es, weil ich ihn geschlafen habe. Vielleicht kommt der Phönix bei dir und dann sind wir am Arsch. Ja, ich warte jetzt, aber ich bewege mich keinen Schritt vorwärts. Alleine schaffe ich es eh nicht. Gut, dass du fast an der Front stehst. Ja, hast du mir auch gedacht. Lass mal weiter. Jetzt soll ich zurückrennen. Ja, dann renn auch zurück. Ja, weiter kommen die nicht. Wollen die nicht. Ja, sicher. Ein bisschen anders aus. Ja, sah gut aus. Ja. Liegt rechts kurz ab. Lass mal kurz den Tecno-Speed-Dingens machen. Wozu denn, Alter? Wozu denn? Wenn der Phönix wieder spawnt, ne? Der spawnt neu, Alter. Ja, der spawnt nämlich neu. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen das Ding jetzt platt kloppen. Oh, ich wird festgehalten. Ich kann nichts machen, tut mir leid. Fick. Aber kassier es selber. Ich habe keine Chance, Alter. Wie oft er dich geschlagen hat und du hast ihn dann noch zurückgegeben. Wovon redest du? Von, äh, Dingens, von Patrick. Keine Ahnung. Ich ruhe, du Pisskopf. Ich schaffe es nicht mehr. Erfüllungstustlach wieder da. Ja. Das Problem war, ich hatte die kompletten Dinge am Arsch. Minions, weißt du? Ja. Äh. Trotzdem, dass die 5 Kills mehr haben, haben wir gleich viel Gold wie die. Sogar mehr. Ja, weil wir die Minions auch die ganze Zeit kaputt machen. Alter. Krass. Jo, Frühlingsbund neu. Nice. Ja. Da ist er. Weg. Was für weg, Alter. Ja, wenn der Phönix neu spawnt, da brauchst du nicht beim Phönix stehen zu blieben. Ich hab ihn schon kaputt gemacht, damit er wieder kein Leben hat. Hat er denn nicht voller HP direkt? Nee, hat er nicht. Deswegen bin ich da geblieben. Wenn ich schon mal gesehen hab, er wieder spawnt, dann hat er kaum HP. Nein, da gehen wir in den Jungle rein. Nee, hat er nicht. Deswegen bin ich da geblieben. Scheißegal. Hat er wieder der herzliche Ding. Ja, genau. So, rechts. Ja, nice. Verpiss ich doch, du. Fetter Bastard, ey. Nice. Nein. Das ist echt toll geworden. Ja, Hauptsache. Hau mir die Ulti in die Wand rein. Krass, ey. Ah, sehr gefällt mir bis jetzt. Ist echt gut. Ist echt gut. Schön draufhalten. Auch mit Skills, ne? Da kannst du auch Skills auf dem Ball nehmen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich bin down jetzt. Nice. Nein. Die Wahlen hätten verlieren müssen, krass. Ja. Aber schauen wir uns den Goldvorteil an. Ja, aber unsere Türme etc. waren ja noch nicht mehr angekratzt. Nee, weil die Dschungelscheiße die ganze Zeit da gespielt haben. Dadurch geht so viel Zeit verloren. Äh. Ja, vor allem die Zeit. Yay, Gottmeisterung. Vor allem ist Rein2Nur über die Seiten gekommen. Wie das jetzt 150 Gunst gebracht hat? Bei mir, 88, ja. 179. Joa. Wie viel Damage hab ich gemacht? So schlecht, hieß mal. Oh nö, geht eigentlich. War aber die schlechteste von euch. Hihi, hallo. So, dann bis zur nächsten Part. Tschüss